... mit A.J. Guinness, dem britisch-griechischen Doppelbürger. Der muss jetzt einen schreiben, den den Kopf eingeschaltet hat, weil er natürlich gerne einer, der Vollgas gibt. Er versucht wirklich kurz mit dem Ohr zu bleiben, kurz eine Kante rauszumachen. So ist das alles gezeichnet bisher. Er kriegt mal in diesem Winter in einem zweiten Durchgang mit dabei, in Valdez erschien der aus, im zweiten, im Adelboden gab es Rang 20. Das ist eine super Fahrt bis hierhin. Hier, Tempo konnte er mitnehmen, er war nicht zu runter unterwegs. Das war kein Problem für Pumbo. Ja, das ist ein super starker Auftritt, A.J. Guinness. Das kann nun eine Fahrt sein, die ihn nach vorne bringt, in diesem so engen Klassement. Ganz stark rasselt. Super clever, klar ist er. Oben aber der Längschwung hat er sich leicht ausgetragen und versucht, dass er das Tempo mitnehmen kann. Und hier im Kanto war er ein bisschen runder, weich geblieben und das Tempo mitnehmen. Gut geschluckt, die Velo. Es gibt... Entschuldigung. Der Längschwung hat nochmal von hinten an. Das hat er ein bisschen ausgetragen, aber es hat das Tempo mitnehmen. Aber man hat gesehen, wie dieser Längschwung fast wieder... Der Längschwung hat...